Hallo Leute, Umut Gans, Sides & Trends, ich bin hier bei meinen Eltern im Garten, richtig geiles Wetter, heute habe ich vorgehabt, zwei Artikel kaputt zu machen, diesmal aber für keinen anderen, nicht für Simon, nicht für Daniel, nicht für je nachdem, also für mich selber und ich wollte das einfach so ein bisschen festhalten und selber mal dokumentieren, weil ich habe das schon wirklich sehr aufgemacht, dieses Customize Geschichte, Customizing nennt sich das ja und das wollte ich jetzt so ein bisschen festhalten für mich selber und euch das gleichzeitig zeigen, also diese ganze Aktion ist super spontan hier im Garten, gleich kommt auch Alina von Radio Hochstift, aber kommen wir mal zu meinen beiden Artikeln von dem Label Diesel, ich meine, hier vorne passiert ja ein bisschen was, aber das ist mir immer noch sehr langweilig, darum wollte ich das so ein bisschen komplett anders machen, das werdet ihr aber gleich sehen, dann habe ich passend zur Jahreszeit eine kurze Buchse an, hier auch von Diesel, ist auch gut gemacht, richtig cool, ich zeige euch das mal so, hier passiert auch sehr wenig, aber ihr könnt euch vorstellen, was gleich passiert, dieser Artikel hier wird richtig cool werden, also gebt mir ungefähr so eine Stunde oder so oder anderthalb mal gucken, ich mache das ja mit sehr sehr viel Liebe und ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen und ja, bis nachher, ciao!